Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jorder, Krips, und Bockdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Martin! Sie sind mein Befehl, zu Ihren Scheiß. So weit ist das einfach Geld rum. Der Militär hat mich verjogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Die Stadt Feiglinge! Verreichter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißenes deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Lübe hindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter, von allem Anfang an bin ich nur vernaugt und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagle ich mir eine Kugel durch den Kopf! Planung, Herr Bausch-Überund aus! Tamam Thomas Woll